So! Kennt ihr mich aufs neue Gommelspiel? Lass mich in Ruhe! Werf den... Okay. 3, 2, 1... Wow! Ich bin anwesend! 3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cops und Robots beziehungsweise der zweiten von dem ersten von dem dritten Mit dem Black Crush, nicht dem Russen und äh... Fresh Drago und Slayback und mir und heute ist der Cop... Wow! Wow, ihr seid! Oh dear, Leber! Ich hab den Leber vergessen! Okay. Wer ist der Cop? Leber wolltest du nicht Cop sein? Ja! Hey! 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 So hören sich meine Toiletten an! Ich habe Hunger! Ich komm nicht in die Toilette rein! Mein Arsch ist zu dick! Ne! Ach! Hey du! Willst du was Milch haben? Gib her! Aua! Was hab ich dir getan? Wer tötet euch! Mich! Alle! Wer tötet euch! Mich! Was haben wir getan? Was ist gegen die Regeln? Ich hab das gesehen! Ich hab das gesehen! Was denn? Ich hab nix in der Hand! Hey! 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 Often! Hey! Hey! Weißt du nicht? Was machst du? Ich will die Tronette leermachen! Das ist unfair! Das ist unfair! Ich sterbe! Ja! Bei mir leckt das! Hey, ich hab Hunger! Nicht nur bei dir! Hey, liegt da noch mehr Milch! Wo kommt die Milch? Ich hab die dir besorgt! Ich brauch Essen! Hey, nein! Lauf nicht weg! Ich hab Hunger! Ich bin noch in der Zelle! Wagen einen Buttergoldem einzusperren! Ich will sofort hier raus! Kann man nicht irgendwie an den Hebel ran? Geht's dir gerne! Nein, kann man nicht! Oh! Weißt du, wir sind alle gefangen, das ist total unweilig! Mach mal irgendwas! Ja, einen Moment! Wir können auch Basketball spielen! Ich bin hier zu Unrecht drin, ne? Der neben mir war's! Ich muss erst mal organisieren, weißt du? Es ist so dunkel! Ich war's nicht! Hallo! Das war seine Aufnahme, aber ich war's nicht! Da ist all jemandem! Warum bist du denn? Seht ihr den Block? Nein, man kann nicht! Oh! Ey! Ich will auch was sehen! Spiel irgendwas mit uns! Mach irgendwas, du! Ist langweilig! Ähm, ähm, ähm! Ich will den Buttergoldem! Einen Moment! Einen Moment! Einen Moment! Einen Moment! Geh für dich, was du willst! Ich hab nichts gemacht! Hey! Lass mich dein Buttergoldem sein! Und der Buttergoldem kommt mit mir! Und ich will auch was machen! Nein! Das ist total langweilig hier, die Aufnahme für mich! Random! Ja! Wenn ich jetzt kurz disconnecte, komm ich dann am gleichen Platz wieder rein, ja, ne? Ja! Leider ja! Das sieht ein bisschen creepier aus, du läufst hier links auf, äh, dem Teil! Komm ich jetzt nochmal rein! Du stehst in der Luft! Vier Minuten Gefängnis! Du stehst in der Luft! Lauf einfach weiter! Und, und, und wir wollen ins Layback, ja, wir wollen ins Layback! Na, ich will nicht rein! Hallo! Vier Minuten Gefängnis! Ey! Gib den Hebel wieder! Ja, okay, warte mal! Lutsch mal in den Hebel! Ah! Oh! Oh! Nein! Weißt du, dem traust du, aber mir nicht! Da hinten, an die Wand! Ah, okay! Kandale! Okay, äh, äh, ja komm mal mit! Zehn! Hä? What the fuck! Oh! Woah! Woah! Ich hab mich mal nicht geschlossen! Was sieht das irgendwas? Guck mal den, 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 den! Raus! Ich will hier raus! Ich hab eine Tür gehört! Ja! Ich hab mich eingeschlossen! Hahaha! Lass mich raus! Ähm! Lass mich raus! Nein, hast du nicht, hast du nicht angeschlossen! Nein! Ich hab dir nichts getan, Mann! Ja! Wo ist der hin? Ja, der drauf da hinten rum! Das war Fresh Drago nicht ich! Oh okay! Mann, ey! Soll ich, ich helfe dir suchen! Komm! Dead 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 wow! Oh Gott! Äh, YOLO, wie ist das ausgepr min? AU, AAAH!!! Den lag bin ich vorhin in der Runde. Hallo. WTF, du klingst dich nicht. YOLO, LOLOLO, JOLO, BAAANNNNNNNNNNNNNNNNNN! Lack? Lack, Guh, Alles! Lack, fragteleichen? Oh, Gott. Der ist schandant. Was war das denn für ein Lack? Wo ist der Knopf? Ey, der... Slay... Slayback schwebt bei mir. Was kommt vor? Alles ruhig. What the fuck, Alter. Du solltest ja die Kustel aufheben. Arsch, Arschgeleg. Was machst du für einen Scheiß? YOLO, bei mir leckt irgendwie alles. Nein, das will ich nicht. Deswegen bist du doch hier, oder? Weber. Komm her. Der will, dass ich die Seife fallen lasse. Ich glaube, wer will er, dass du sie aufhebst? Wenn du willst, bin ich deine Seife. Darf ich hierzu? Sag ich doch. Das ist eine Toilette, keine Dusche. Hör auf damit. Egal. Ich mach's jetzt zur Dusche. Schneller! Stopp! Du weißt, dass wir noch hier oben sind, ne? Meine Figur soll einfach nur schneller hüpfen. Ich glaube, du hast uns vergessen. Wieso? Ja, ich hab mich schon voll vergessen, weil ich grad zwei Idioten hinterher erinnere. Was heißt zwei Idioten, hallo? Ich seh dich doch. Hier sind wir noch die Idioten. Ich bin nicht auf dem Schiff. Das wird grad voll langweilig. Oh man. Ich muss mich irgendwie beschäftigen. Da YouTube buggt, schreib ich's dir so. Warte, ich muss grad ne Nachricht lesen. Creepypasta kenn ich zwar schon, aber ich herz you so much und deine Creepypasta ist Schleimstein. Muss ich ihm kurz antworten. Okay. Ah, heimliche Feierer. Jetzt muss ich ihm erstmal klar machen, dass ich das wirklich nicht war. Der ist mir hier gemacht. Ja, camp da vorne, du scheiß Spacken. Ich seh dich. Das ist gegen die Regeln, ne? Tja, scheiß auf Regeln, ich bin ein Cop. Nein, Cops scheiß nicht auf Regeln. Hahahaha, ich hab's geschafft. Nu. 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 Lass mich. Ich hab Hunger. Okay, dann muss ich mal sagen, die Runde ist... Guck mal so, wo campt der eigentlich? Ich hab Hunger. Der hat direkt neben dem Schalter... ...gecampt. Okay, dann... Ich hab Hunger. Bis in die nächste Runde. Tschöse. Nein, 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 nein.